Auf Streife. Für Robin Sturm und Stefan Sindera birgt jetzt ein Staubsauger-Vertreter in Not einige Rätsel. Zunächst müssen die Beamten den Mann aus seiner misslichen Lage befreien. Das Besondere an dem Fall, die Ehefrau des Täters hat die Polizei zur Hilfe gerufen. Ja, wir helfen Ihnen sofort. Versitzer Titanic Light, da haben Sie sich aber ein tolles Wetter ausgesucht. Was ist das für eine Aktion hier? Ja, fragen Sie nicht mich, da kam so ein Irrer. Ich mach Sie mal hier los, bewegen Sie sich mal nicht, bewegen Sie sich nicht hier. Also freiwillig ist das nicht, dass Sie hier den Pool genießen. Warten Sie mal, hier, ich drehe mal. Und dann mit dem Staubsauger hier gefesselt, oder was? Ja, genau. Passt. Okay. Kommen Sie raus, Sie werden Sie hier auf jeden Fall... Wer soll in der Irre gewesen sein? Ich weiß nicht, der kam, also ich wollte zum Haus, wollte klingeln und dann kam da direkt einer hin und hat mich in den Pool geschmissen und abgehauen. Kommen die Personen aus dem Haus? Ja, die kam von aus dem Haus, ja. Die hat mich dann mit meinem Staubsauger da gefesselt und dann... Also Sie haben den mitgebracht? Ja, genau. Sie sind Staubsauger-Vertreter? Guck mal, warte mal. Kommen Sie mal weg da mit der Schippe. Hey! Ist der das? Einmal hinterher? Stehenbleiben, stehenbleiben. Ich hab das Pfeffer, ja? Ich schieße damit. Ich werde meinen Haaren gut hier verteilen jetzt. Das können Sie auch gerne machen. Nehmen Sie die Schippe runter. Die Schippe runter! Aber nur wenn ich... Die Schippe runter! Aber nur wenn ich... Sie beruhigen sich, ja? Ich bin der Uwe Martens hier. Schicken Sie mal das Hände weg. Und die Hände wollte ich sehen. Herr Martens, was haben Sie hier gemacht? Ich bin hier der Besitzer hier. Der Hausbesitzer? Ich bin hier der Hausbesitzer. Und ich bin hier nicht der Böse. Sie müssten nach vorne mal gucken. Bei dem Gerichtsvollzieher. Er wollte nämlich meiner Frau ein unmoralisches Angebot machen. Wie kommen Sie da drauf? Ja, der ist doch hier in mein Haus eingedrungen. Er hat überall Aufkleber dort versehen. Der Gerichtsvollzieher ist der ja. Der ist Gerichtsvollzieher? Ja, der ist Gerichtsvollzieher. Uns gegenüber hat er gesagt, der ist Staubsaugervertreter. Haben Sie sich den Ausweis mal zeigen lassen? Ne, noch nicht, weil Sie ja wie ein Irrer hier aus dem Garten gekommen sind und uns bedruckt haben. Ja, dann lassen Sie sich doch mal den Ausweis zeigen. Dann werden wir die ganze Sache mal klären. Wenn Sie mal runterfahren, ja? Wenn Sie runterfahren, wenn Sie von der Palme ganz langsam runterkommen, dann gehen wir da hin und wir besprechen das in Ruhe. Wer wer ist und was passiert ist. Ja, ist in Ordnung. Ich mag Sie jetzt einmal gerade ab, dann gucken wir, ob Sie hier wirklich wohnen. Dann können wir weiterreden, ja? Also Sie haben den Herrn festgemacht, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Das habe ich alles geklärt. Er denkt, er ist Gerichtsvollzieher, ne? Er denkt das. Ja, ja. Warte, Hilfe rufe. Ja, na, na. Okay. Gehen Sie mal vor, bitte. So, kommen Sie mit. Ja, hier rein? Ja, genau, da rein. Wo kommen die Hilferufe her? Das ist aus dem Badezimmer. Hier unten. Hier unten. Bleiben Sie natürlich mal hier. Guckst du? Ja. Hallo? Ich halte fest. Hier ist die Polizei. Er ist in einem Bad, Alter. Pass auf, ich komme jetzt rein. Gehen Sie von der Tür weg. Was macht Ihre Frau da? Und wie ist es dir eingesperrt? Ja, die habe ich eingesperrt, weil dort mit dem angeblichen Gerichtsvollzieher... Gehen Sie von der Tür jetzt weg! Ganz schön, Herr Mann! Kommt, es will! Oh, nicht! Ganz ruhig! Was ist passiert? Ganz ruhig! Wie geht's meinem Mann und dem Gerichtsvollzieher? Das ist... Ihr Mann... Beruhigen Sie bitte, ja? Oh, ich bin total klar. Ihr Mann, Ihr Mann geht's gut, okay? Der Ehemann war offenbar der Meinung, dass es sich bei dem Vertreter um den Gerichtsvollzieher handelt. Unklar ist jedoch, warum der Mann derart wutentbrannt auf diesen losgegangen ist. Können Sie einmal was erklären, wie Sie jetzt da eingeschlossen sind? Ja, mein Mann, der ist völlig durchgeknallt. Der hat mich eingeschlossen. Ich habe ihm erzählt, der Gerichtvollzieher war heute Vormittag da und sehen ja überall schon die Siegel, weil durch die Firmen-Ingolvenz sind wir in den Schulden und ja, als der Typ heute Morgen hier war, habe ich ihn gebeten, ob er noch ein bisschen Aufschub bekommen könnte. Okay. Und irgendwie das Geld leihen und ja, dann hat er mir halt das Angebot gemacht, wo wir ein bisschen Sex, wenn ich mich bereit erklären würde, dann... Dieses Angebot kam vom Gerichtsvollzieher? Ja, das kam vom Gerichtsvollzieher. Und ich habe ihn natürlich, ich bin natürlich gleich rausgeschmissen. Das war auch der Gerichtsvollzieher, der richtig hier bestellt worden ist. Da haben Sie auch die Papiere von dem gesehen? Ja, mein Mann hat ihm gesagt, dass es sein kann, dass er kommt und er war heute Morgen da und als mein Mann dann zwischendurch von der Arbeit gekommen ist, dann habe ich ihm das erzählt, dass er mir dieses Angebot gemacht hat und er hat mir auch seine Telefonnummer da gelassen. Zwecks Identitätsverstellung, würde ich Ihnen jetzt mal einen Herrn zeigen und Sie sagen mir, ob das der Mann ist, der in dieses unmoralische Angebot gemacht hat und ob Sie den als Gerichtsvollzieher identifizieren möchten. Kennen Sie den Herrn? Kenn ich nicht. Haben Sie ihn nicht gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen. Also den Gerichtsvollzieher, den hatten Sie in der Wohnung, Sie haben ihn gesehen? Ja, er hat mir hier auch seine Nummer wahr gelassen, hat gesagt, um 14 Uhr wird er wiederkommen, bis dahin hätte ich Zeit mit zu überlegen, ob ich auf sein Angebot eingehe oder nicht und er ist völlig ausgerissen. Nein, mein Name ist Daniel Friedrich, ich bin Staubsaugervertreter. Können Sie mir einfach schon mal einen Ausweis geben? Dann sagen Sie mir jetzt mal bitte, wie Sie darauf kommen, dass das der Gerichtsvollzieher sein soll. Weil ich ein Insolvenzverfahren laufen habe und dort war ich beim Amtsgericht und die haben gesagt, Sie schicken einen vorbei. Entschuldigen Sie bitte, ich muss den Herrn verwechselt haben. Mit seinem unmoralischen Angebot hat sich der Gerichtsvollzieher strafbar gemacht. Bevor Stefan Sindera und Robin Sturm dem Mann das Handwerk legen können, spitzt sich die Situation jedoch überraschend zu. Wir würden das jetzt erstmal mitnehmen, ne? Da steht noch ein Zettel. Da steht da. Da steht auch noch was. Haben Sie das mal vorher gelesen? Was ist denn das? Mama macht ja keinen Sohn, ich kümmere mich um die Sache ab. Oh Gott, das ist meine Tochter. Wahrscheinlich hat die alles mitbekommen. Wie alt ist Ihre Tochter? Meine Tochter ist 17. Die macht im Moment eine Ausbildung als Masseurin. Hat die mitbekommen, wie der Gerichtsvollzieher sie, sexuell? Ich hab da nicht so genau drauf geachtet, aber das kann schon sein. Sie war auf ihrem Zimmer und sie wollte ja dann auch wieder zur Arbeit. Ich lass mal. Entstanden ist, was du damit anrichtest. Du machst die ganze Familie kaputt. Ja, genau. Also sonst, guck mal. Der Termin, wo sollte der sein? Welcher Termin? Der hier drauf steht. Die Uhrzeit. Die Uhrzeit. Also hier sollte der Termin sein. Das war ja der Termin hier, ne? Das scheint auch alles soweit zu stimmen. Anders würde dann 1729 kommen? Das heißt nämlich, wir werden jetzt den Gerichtsvollzieher mal aufsuchen. Ich hoffe jetzt nicht, dass Ihre Tochter da hingegangen ist. Es hört sich für mich auch so an. Versuchen Sie bitte Ihre Tochter telefonisch zu erreichen. Soll da auf gar keinen Fall irgendwie eine Eigenregie hier wie Ihr Vater, ja? Ja, ich probiere es mal. Hier versuchen da irgendwas zu machen, ja? Machen Sie das bitte. Während Polizeikommissar Robin Sturm den Gerichtsvollzieher von den Kollegen der Wache überprüfen lässt, versucht die Mutter vergeblich, ihre 17-jährige Tochter telefonisch zu erreichen. Die Handynummer ist wohl aus. Ich hab aber meine E-Mail mit einer Adresse. Na ja, gib mal durch, ich schreib mit. Tor bin grob, 11 Februar, 3.76 geboren. Wohnhaft Heisterbachstraße 200 in 50 393 Köln. Ja, die heißt aber Straße haben wir mit. Würden jetzt hier gleich versetzen. Der Gerichtsvollzieher hat bereits bewiesen, dass er extrem skrupellos vorgeht und zu allem bereit ist. Das bedeutet, die 17-Jährige befindet sich möglicherweise in großer Gefahr. Wer sind Sie denn? Ja. Sind Sie dann Frau Krupp? Ich bin Frau Krupp, ja. Achso, Krupp. Ja, ähm, wir wollten eigentlich zu Ihrem Mann, aber das ist gut, dass Sie da sind und könnten uns direkt aufschließen. Ich denke, dass sie noch auf der Arbeit ist, aber Sie können gerne. Okay, äh, Familie Martens, Sie warten bitte hier. Ja, wenn Ihre Tochter wirklich hier sein sollte. Fangen Sie mal kurz? Ja, dann bringen wir sie auch so. Die ist da, die ist da. Wir wissen das doch gar nicht. Wir wissen das doch gar nicht. Sie fahren runter. Ja, bist du bereit? Ja, ja. Gut. Ist Ihr Mann zu Hause, wissen wir das? Normalerweise sind wir auf der Arbeit. Also, ich durfte nicht zu Hause sein. Wie lange arbeitet Ihr Mann schon als Gerichtsvollzieher? Oh, schon einige Jahre. Also, über zehn Jahre schon. Im Inneren ist zunächst alles völlig still. Es scheint tatsächlich niemand zu Hause zu sein. Doch das ist nur die Ruhe vor dem Sturm. Bleiben Sie mal hier unten. Die Stimme kenne ich nicht. Hilfe! 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 Was soll denn los? Was ist denn hier los? Was ist denn hier? Was ist denn hier? Vorhin? Hände auf ihn. Hast du ihn? Machst du ihn? Ja, ich hab's. Thorben! Macht ihr denn, meine Situation? Was ist hier los? Einmal ganz ruhig. Herr Krupp, wehren Sie sich jetzt nicht, ja? Frau Krupp, Sie können zum Gefallen gehen. Wir machen einmal Handschesseln dran. Können Sie noch einen Moment draußen warten, ja? Einmal hoch, einmal hoch, einmal hoch. Kommst du schon hin? Ich hab ihn, ich hab ihn. Das ist nicht so, wie das aussieht. Wie sieht das denn aus? Wollen Sie was erklären? Frau Krupp. Herr Krupp, ich drehe Sie jetzt einmal um. Haben Sie mich verstanden? Ja. Durch ihr schnelles Eingreifen konnten die Beamten das Schlimmste verhindern. Als der Vater der 17-Jährigen und der Gerichtsvollzieher aufeinandertreffen, droht die Situation erneut zu eskalieren. Ich war bei dieser Familie. Ja, das haben wir so weit mitbekommen. Das weiß ich auch. Ich bin hingegangen und habe meine Arbeit getan. Und dann kam die Frau und hat dann gefragt, ob wir das nicht anders regeln können mit den Schulden von ihrem Mann. Und hat dann versucht, mich rumzukriegen. Und ich hab gesagt, nein, sowas mach ich nicht. Das ist nicht meine Art. So sieht das jetzt aber anders aus, ne? Na ja, und dann kam die Tochter irgendwann und hat gesagt, sie würde mich massieren, wenn ich dafür den Eltern die Schulden erlassen würde. Und darauf sind sie eingegangen. Was erzählen Sie denn dann für einen Scheiß? Darauf sind sie eingegangen. Das ist doch wahr! So, bleiben Sie mal eben ruhig. Ich will Ihnen erst mal aussprechen lassen. Und darauf sind Sie jetzt eingegangen? Na ja ... Ja, so wie es aussieht ja schon, ne? Ich dachte, eine harmlose Massage ist ja nichts Verdärtliches. Aber jetzt eine harmlose Massage? Sie hat jetzt die Bluse aufgerissen, wie ich sehe. Ich wollte es überhaupt gar nicht. Es war überhaupt eine Absicht. Es war was ganz anderes vereinbart gewesen. Es war niemals ausgemacht, dass es so weit kommt, wie es jetzt gekommen ist. Wahrscheinlich ist das alles ein abgekartetes Spiel. Hey, da ist jetzt mal Ruhe. Mal genau zu sagen, was sich überhaupt abgespielt hat. Wir haben halt, also jetzt aus unserer Sicht, diesen Zettel gefunden im Haus ihrer Eltern, dass sie sich auf den Weg hierher gemacht haben. So, und wie ging es dann weiter? Richtig. Also ich habe das schon vor längerem alles mitbekommen. Ich habe mitbekommen, dass aktuell zu Hause nicht so eine gute Situation, weil wir hatten öfter Streit zu Hause gehabt. Meine Eltern haben sich öfter gestritten. Ich habe das dann mit dem Gerichtsvollzieher mitbekommen, dass er im Haus rum ist, unsere Sachen fänden wollte. Haben Sie auch die sexuellen Avances gemacht, die er Ihrer Mutter gemacht hat? Also das war die Aussage Ihrer Mutter, dass er halt statt der Fändung halt den sexuellen Kontakt gesucht hat zu ihr. Genau, ich habe daraufhin dann mit dem Gerichtsvollzieher ausgemacht, dass ich vorbeikomme und ihn massiere. Das haben Sie da noch vor Ort ausgemacht? Das haben wir, ich habe die Visitenkarte gefunden, habe das dann mit dem Gerichtsvollzieher quasi vereinbart, dass ich komme und ihn massiere, weil ich lerne ja massieren. Das haben Sie da vor Ort noch abgesprochen, dass Sie sich quasi dafür anbieten? Ich habe ihn dann angerufen, weil ich die Visitenkarte, meine Telefonnummer gefunden habe, was er eigentlich meiner Mama getan hat, dass meine Mutter das quasi regelt. Ich habe das aber quasi dann im Endeffekt mitbekommen und weil ich Masseurin lerne, wollte ich ihm quasi dann anbieten, dass ich ihn massiere. Ja. Und es war so abgemacht, dass er... Er wollte mehr? Genau, richtig. Die zerrissene Bluse, das ist ja ziemlich eindeutig. Richtig, aber... Aber Sie können halt auch bestätigen, dass er Ihrer Mutter quasi auch schon an die Wäsche wollte. Natürlich, natürlich, ja. Okay, das tut uns auch ganz, ganz, ganz wichtig. Gut, und wie ging das dann hier im Haus weiter? Ja, ich bin hier hochgekommen, er lag schon da, es war quasi schon alles fertig und wir haben abgemacht, ich massiere ihn und dafür lässt er quasi unsere Schulden, er fernet unser Haus nicht und ich darf quasi... Schwein! Ja, damit wäre das quasi erledigt gewesen, hat er gemeint. Okay, jetzt muss ich fragen, auch wenn das jetzt ein bisschen unternehmen ist, wie weit ging das Ganze jetzt hier schon? Also es wurde handgreif, er hat mich nicht verletzt. Also klar, eine Sachbeschädigung liegt vor, aber es ist so nichts gekommen. Die Frau des Gerichtsvollziehers ist entsetzt, dass ihr Mann seinen Job offenbar völlig schamlos ausgenutzt hat. Sie zieht sofortige Konsequenzen und kündigt umgehend die Scheidung an. Auch Stefan Sendera hat keine guten Nachrichten. Wir nehmen Sie jetzt mit auf die Wache, aber Sie werden dort nicht verbleiben, ja. Sie werden erkennungsdienstlich behandelt. Die Kollegen vom KK 12 werden noch ein Gespräch mit Ihnen führen, ne. Weil wir wissen ja auch nicht, ob Sie das immer so machen, ob das eine Masche ist, mit der Sie halt auch andere, ja, insolvente Gläubiger da irgendwie versuchen einzuschüchtern und so halt versuchen, Sex oder sexuelle Dienstleistungen zu erpressen, ne. Wie lange du schon Gerichtsvollzieher bist? Wie lange machst du das nicht? Ich meine, das weißt du genau. Ich will nicht wissen, mit wie viel du da schon durchgezogen hast. Nimm sie doch mit. Hatten Sie da schon mal irgendwie Hinweise auf irgendetwas? Gab's das schon mal vielleicht? Nee, nee, so jetzt nicht. Gut. Sie haben alles? Ja.